Ja, ich habe stabile Hände. Vielen Dank. Okay, oh, 3 Euro. Yeah. Was war denn das? Alter, alter. Das ist alles. Hast du das gehört? Heilige Scheiße. Vielen Dank. Heilige Scheiße. Okay, Moment, Moment. Das Spendenziel wurde erreicht. 5 H 4 D 3 Euro. Die Kacke muss brennen. Norman Ritter 39 Euro. Macht das Goal voll. Juni. Okay, okay. Okay, also das schöne T-Shirt muss erst mal kurz warten. Die Schuhe werden jetzt... Wo ist der Max? Der hat gerade den Glasreiniger. Der holt den Glas? Wie lange denn? Den erfülle ich wahrscheinlich nicht. Ach nee. Der hat den doch selber mitgebracht. Der ist doch besser. Oder nicht? Ach so. Wo ist der? Ich bin hier. Wo bist du? Oh, der geht Zeichen. Der geht was Bissen. Der geht Zeichen. Die Biene muss brennen. Felix Zschäpe für den Dorn für die 2,29. So, ja. Vielen Dank. Jetzt werden auf jeden Fall hier die Schuhe verbrannt. Heilige Scheiße. Ist das krank? Ist das krank? Ist das krank? Zöne den Gestank dann. So, Moment. Ich brauche mal einen Schluck Kaffee. Geht gleich los, Leute. Der Max muss natürlich erst mal im Raum sein. Junge, der Max hat gerade vom Klo aus Sex in den Chat geschrieben. Junge, Max, jetzt mach doch mal hin. Supra Fahrrad, jetzt hol den her. Junge, Max, die Schuhe, die Leute. Jetzt pisst du mal. Der kommt gerade angerannt. Ist der Kappen oder was? Nee. Okay, so, jetzt geht's los. Die Schuhe müssen prennen. Hier, der Spendensiel wurde erreicht. Was ist das Deo? Das Spendensiel wurde erreicht. Ich seh's. Die Kamera, bitte. 206 Euro haben den Trick verkrampft. Das Deo ist hier. Ist überkalt. So, ich brauche ein Feuer. Das liegt hier. Oh, okay. Na. Nee, ich hab doch hier das Gute gehabt. Moment. Das Gute. Ja. Ja, äh. Gib mal das vom Führungmanager. Ja, genau das. Willst du gehen raus, Mr. Führungmanager? Perfekt. Okay, also für den Fall, dass das gesperrt wird jetzt mit den Schuhen, macht er nochmal einen Vlog. Vielen Dank. Vielen Dank an Audi. Schatz, geht weiter weg von der Trastatur. Ja. So, Moment. Ich lese gerade hier nochmal vor, dann geht's los. Also, Nielse, ein Euro. Vielen Dank. Würdest du dem Max bitte sagen, dass er ein intelligenter Bastard ist? Das ist ganz vorzüglich. Ich küsse eure Augenbrauen, ihr halb erigierten Pimmelchen. Fittig. Danke an Audi für den Euro. Max nutzt den Glasreiniger auf dem Klo, um den Braunschiss besser eingleiden zu lassen. Och, Alter. So, Max, hier deine Spenden zur Aktualisierung. Die Biene muss brennen. Nee, gut, das war's. Alles klar. Ja, jetzt geht's los. Das ist schön. Du musst es aber so halten, dass die Flammen woanders hängen. Also, so zum Beispiel. Ge weiter nach hinten, würde ich sagen. Ja, weiter nach hinten. Ja, genau. Aber der Bargeber muss natürlich auch was an den Flammen abbekommen. Mach den Stuhl mal weiter weg. Halt das mal von unten fest. Ja. Aber wird es nicht zu heiß? Nee. Jetzt berührt er das Tabletten. Alles gut. So, du kannst filmen. Mhm. So, also ich habe jetzt 200 Euro dafür bekommen, dass Barkeeper's Gucci-Schuhe brennen. Ähm, ja, mehr bleibt mir eigentlich nicht zu sagen. Ja, das musst du davor halten. Ja, ja. Ja, das geht so nicht. Ich muss das halt davor halten. Ja, okay. Jetzt gibt noch nicht Strasse. Ja, okay, da halte ich einfach das Tablet. Ja, ja. Okay, geht los. Ja, bei. Nein, ein bisschen geht noch. In der Tat. Kannst du erst mal ein Foto machen, bitte, bevor... Ja. Das ist so ein schöner Moment. Ja, das ist so schön. Ja. Das ist übelst du. Ja, ganz gelassen. Also, mach. Okay. Ja, ey. Aber deine Idee funktioniert auf jeden Fall. Na, Max? Ja, klar, ist das wiederum. Noch eine Ladung Feuer? Ja, aber nicht löschen, Mensch. Du warst richtig heiß. Das kann doch nicht gleich wieder gelöscht werden. Wett gegen die Maske. Ja, Herr Womi. Oh, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Die Hand, ja. Ich lasse meine Hände. Ist nicht so schlimm. Es fehlen das Euro. Nee, stopp, stopp. Okay. Ja, okay, dann ist das. Oh, oh. Vorsicht. Was ist das für ein Geräusch? Das Blech, das Metall verbiegt sich. Todes Kick des Wichses. Durchfahren, weiß. Nein, hör auf. Nie, meine Wichsen. Warum nie? Entferne die Haare. Oh. Ist das krank. Ist das Feuer gefangen? Nein, noch nicht. Ist mir was unter das Bett gefallen? Hulen. Jetzt ist es wenigstens nur so kalt hier drin. Hulen. Jetzt kann ich schwärmen. Endlich mal Feuer drin. Oh, das Ding fußt. Das sieht aber geil aus. Upgrade im Hotel. Es gibt endlich ein Feuer. Das ist ein Kamin, Junge. Das ist der Gucci-Kamin, Junge. Das ist der Gucci-Kamin, Junge. Das stinkt nach Bargheberswüßen. Das stinkt nach Gucci. Das ist Maritain. Geil. Das macht mich wirklich geil. So, Max, hast du noch ein Spenden hier bekommen? Wenn du die Schuhe ersteigern wolltest, jetzt gibt es die Schau, es bietet. Live von Max verbrannt. Aber nur im brennenden Zustand ausgeliefert worden. Jawohl. Schieß der Brennpunkt. Ja, ich glaube, es wird bald gesponsert. Ist das eigentlich normal, oder? Na, warte, ich will es nicht. Ist das ein Brennpunkt so lange? 2400 Leute, ich kacke mich ein. Junge. Ich kann gleich auf die Irre drin. Aber die sind gut brennbar. Ja. Wenn sie immer im Klamm stehen, das ist einfach nur wunderschön. Junge. Okay, die Gucci-Schuhe vom Barkeeper, die brennen. Schaltet ein, da könnt ihr es sehen. Adler sind drei. Adler sind... Mühlen. Gucci sind drei. Junge, ist das krank. Aber langsam sollten wir... Feuer frei. Bang, bang. So. Will ich mir das gerade ein, oder setze ich das gerade in der Decke auf? Schön, wie es ist. Weiß nicht, aber auf jeden Fall funktioniert das. Ich setze mich bei dem Couchover ab. Ehm, das schmilzt. Fenster ist ja groß genug. Ich merke direkt, wie mein Gehirn flöten geht. Das macht mich geil. Ja. Sind alle Fenster? Ja. Was heißt alle? Achso, hier. Ja. Aber irgendwann würde ich in den Dämpfen echt aufhören. Aber ich würde es jetzt langsam mal durch. Warum? Ja. Das Volk ist sehr unzufrieden, wenn es gelöscht wird. Ja. Wir müssen uns noch ein bisschen brennen lassen. Ne, ne. Lass mich noch zu Ende bringen. Das wird langsam sehr heiß an den Händen. Schöne ich das mal vor Ihnen? Sieht das so von draußen? Das sieht, ja doch, möglich wäre es. Also, Kelch. Statement? Er was? Herr was? Statement? Er was? Er was? Er was? Das ist einfach nur Fenich. Hallo? Ein miese Stück Dreck. Was soll dieses Feuer sehen? Oh nein. Feuerkohlen. Nein, dann scheiß Rauchen. Feuerkohlen. Ja, der Rauch ist wirklich nicht so gut. Feuerkohlen. Kelch, bitte zu unserer Gesundheit ein bisschen. Mehr Bier trinken. Schwarzer Rauch ist sehr ungesund. Das ist mehr Bier trinken. Fick dich. Die Schuhe sind wirklich verbrannt. Ja, Schatz. Guck mal, wie schwarz der Rauch ist. Ja, das muss so sein. Der Kunststoff, meine politische Einstellung. Die Leute streiten damit, wir haben auch wirklich sterben. Wenigstens brauner Rauch. Oh, Junge. Das Gucci-Schuhe bleiben braun. Wir brauchen ein Rauchzeichen. Oh. Oh. Oh, Junge. So, die Schuhe sind jetzt ungenießbar. Der Rauch ist wegen dem Bestand. Erzähl dir mal was darüber. Ich hätte gesagt, es ist ein Römer. So, ich habe keine Ahnung, weißt du wie, ich bin ja wirklich für Romane. Hast du eine Ahnung, wie mich das fasziniert, um diese scheiß Gucci-Schuhe zu sehen und einfach mal das blanke Feuer anzugucken? Ich komme. Das sieht so richtig wunderschön aus. Ja, das ist wirklich geil. Ja, das ist wirklich geil. Wir werden hier gleich alle umkippen, wegen den giftigen Dämpfen. Vielen Dank. Ey, warte, ich lese gleich vor. Warte, kannst du mal die Spende vorlesen? Ich auch. Warte mal. Vielen Dank. Luminato, danke für die zwei Schweizer Franken. Max, Nackenklatscher für Barkehre. Der war ein bisschen sanft, aber tut mir leid. Vielen Dank. Luminato, danke für die fünf Schweizer Franken. Max, bitte gib dem Barkehre einen Nackenklatscher. Oh, nee. So, der hat diesmal gesessen. Dankeschön. Wir sollten langsam echt mal lösen. Es wird sehr heißer. Die Biene muss brennen. Okay, gut. Ich denke, jetzt das Volk befriedigt. 2500 Leute, das ist einfach nur krank. Ich glaube, dass das kommt. Aber einfach nur kein Bock, dass wir hier mit besorgen können. So, das sind die guten Gucci-Schuhe. Ja, jetzt weiß man, dass es sich auch von draußen sieht. Die Luft ist ja dicht. Ja, wir sollten echt langsam mal hier... Wo ist denn der Glasreiniger? Unterm Tisch. Ach, rechts unten in dem Pfad. Den Glasreiniger, bitte. Den Glasreiniger? Nee, nicht mit Glasreiniger. Das stinkt dann wie Hölle. Ja, was willst du sonst noch? Wasser. Einfach mal ein Glas Wasser hier drauf kippen. Das hättest du vorher. Oder mal ein Glas Wasser. Ich habe damit nichts zu tun, nochmal den rein. Ich habe mal ein Glas Wasser. Der Barkehre muss seinen Job erfüllen. Los jetzt hier. Das wird langsam echt heiß. Das ist eine magere Rolle. Los jetzt hier. Alter, das war wie das Heiler in der Händen. Hat mir gerade jemand geschickt. Scheiße, 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 scheiße. Okay, nimm raus hier, raus hier, raus hier. Auf den, auf den Knapp. Ja, auf den Knapp. Ich habe den doch ausgepackt. Lösch das sofort. Lösch, lösch, lösch. Weiter lösch. Und die Tür zu. Geht raus hier, geht raus hier. Geht alle raus, geht alle raus. Den Hut, den Hut, wieder den Hut. Der piept, der blinkt halt noch. Aus dem Fenster raus. Alter, das muss das. Das ist aus dem Fenster. Ja, das ist so weird. Ja, was ist mit der Bank? Also nicht, dass Schatz das Wasser drauf ist oder so. Ja, ja, aber das kommt nicht weg. Schmeiß, kommt jetzt der Blatt raus. Was ist denn? Komplett das Blatt raus schmeißen. Ich hoffe, ich kriege bald ein Sponsoring von Gucci. Ich will einfach heute saufen. Ja, der blinkt jetzt noch rot. Was heißt denn das? Mir fehlen die Worte. Ja, aber es wird ja nichts berufen jetzt. Leider, ja. Es wäre schön jetzt. Ja, der blinkt jetzt noch, ist es okay? Nein, nein, nein. Hör doch auf, dir wird super sprühen. Ja, dass du ein bisschen angenehmer riechst. Oder nicht? Ich habe es mir irgendwie befürchtet. So, äh. Schatz, der blinkt immer noch. Der blinkt immer noch? Ja, der blinkt halt, aber er piepst nicht mehr. Eigentlich sollte der nie blinken. Ey, wenn jetzt wirklich die Feuerwehr kommt. Vielen Dank. Äh, was ist denn, wenn jetzt... Soll ich nochmal drauf drücken? Nee, 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 nochmal. Jetzt jedes Mal. Ich habe jetzt echt Angst, dass die Feuerwehr kommt. Ja, aber ich meine, bei der Frau letztens kam ja auch niemand. Ja, aber trotzdem... Ja, aber trotzdem... Ja, aber schon.